Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind im Endspurt. Das Feld hier ist leer. Oh, da langweilt sich noch einer. Wirst du wohl arbeiten? Wir haben keine Zeit mehr. Der LS22 steht vor der Tür. Also, wenn du jetzt nicht anfängst zu arbeiten, kommst du nicht mit zum LS22. So einfach ist das. So. Und du gehörst auch noch dazu. Hab Spaß. Vereil dich. So. Das Feld ist leer. Gut. Das heißt, du hast... Na, sag mal. Ich will in den hier rein. Genau. Du hast deine Aufgabe gut erfüllt. Du hast mir gut gedient. Du darfst mitkommen zum LS22. Der Feldhexter da hinten steht auch noch dumm rum. So, für dich hatte ich, glaube ich, den Anhänger hier stehen. Okay. Feld abgeerntet. Feld abgeerntet. Wo war denn der Anhänger? Stand der nicht hier? Oh, hatte ich schon wieder weggenommen. Ja, gut. Da musst du versuchen, dass du so zum Shop kommst. Ich denke zwar, du bleibst auf halbem Wege hängen, aber probier's doch mal. So. Und du? Warte. Nein. Erst du. Genau. Ab zum Shop mit dir. Der bleibt erst am Haus hängen. Stopp. Du siehst doch, dass das nicht geht, Freundchen. Ab zum Shop mit dir. Ab zum Shop mit dir. Hast gute Arbeit geleistet. Du darfst mitkommen zum LS22. Du? Hast gute Arbeit geleistet. Du darfst mitkommen zum LS22? Aber erst mal fährst du zum Hauptsilo. Oh, hier ist ja auch noch eines drin. Ah, da muss alles noch weg. Warte mal, Sojabohnen? Was ist denn hier drauf? Auch Sojabohnen? Oder Raps? Warum machst du nicht weiter, Freundchen? Raps. Warum machst du nicht weiter? Ich will fertig werden hier. Zeit drängt. Du erntest ab? Gut. 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 Na, schaffst du es nicht? Du kommst nicht mehr zum LS22. Das steht schon mal fest. Heil dich! Wehe, eile dich! Gott, ist das nicht ne Zeit! Wir haben's ja, wa? Miep, miep! Sooo. Der hat nen Job. Gut. Jetzt muss ich mal gucken. Du, ah, du hast nen Job. Der kommt gleich. Du hast nen Job. Du hast nen Job. Ah! Du fährst zwar bitte nach Fläche 1. Na. Könnt das alle nicht. Wartet. Wartet nicht drängeln. Nicht drängeln. Ja. Oh, jetzt hängt der fest. So. Du fährst zum Shop. Geradeaus. Okay. Nein, nicht du. Du. Jetzt hängst du hier fest. Klar. Babnasen, ihr. So. Habt zum Shop. Job. Du? Tankst hier ab? Okay. Beweg dich. Und was machst du hier? Was ist dein Job? Was denn jetzt? Ich steuere dir nicht. Jetzt steuere ich den. So. Was mache ich mit dir? Du könntest Feld A helfen. Du könntest Feld A mithelfen. Gut. Genau. Der wird gerade abgeerntet. So. Okay. Jupp, 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 jupp. Du machst Feld D. Da steht ja bereits ein Traktor. Dem kannst du helfen. Okay. Gut. Der erntet jetzt hier nämlich durch. Der erntet hier durch. Und dann sind wir soweit. Mir fehlt jetzt aber noch ein Truck. Was machst du denn hier? Dich hab ich zum Shop geschickt? Du fährst zu Feld A. Merkst du selber, wa? Guck mal. Feld A ist hier. Den hier erntest du ab. Junge, Junge, Junge. Sind das Umstandskamele? So. Hab Spaß. Okay. Du erntest. Du erntest. Jetzt fehlt mir aber noch einer. Wo ist mein Zug hin? Da. Der ist fünf Meter weit gekommen. Na, bravo. Du weißt schon, dass wir keine Zeit haben, ja? Wir müssen alle verkaufen. Wer das jetzt noch nicht bemerkt hat, dass hier Endspurt ist auf dem Hof. Er kann seine Papiere abholen und gehen. So. Wuhu. Okay. Jetzt fehlt mir aber noch der große Truck. Der große Truck. Ach, der steht hier. Alles klar. Wie viel Silage haben wir? 80.000? Nein. 5.000. Du wirst Kartoffeln machen. Die sind wichtiger. So, beeil dich. Oder muss ich noch mal anschieben hier? Ah, dieser hat was geschafft. So, ganz schnell gucken. Wohin mit den Kartoffeln? Groß Kuh. Alles klar. Das ist jetzt mein Job. Wen kann ich noch von Hand los schicken? Raps. Sonnenblumen. Sojabohnen. Sojabohnen und Raps wäre noch geerntet. Mais. Mais geht los. Gut. Was? Premium-Kartoffeln ist leer? Tatsache. Die sind alle verkauft. Die sind alle verkauft. Okay. Dann kannst du jetzt... Sonnenblumen. Aber noch irgendwas, wo besonders viel Zeug ist. Silage. 23.000. Ah, hier ist auch leer. Weißt du was? Sonnenblumen sind 46.000. Sojabohnen. Mais sind 30.000. Dann nimmst du jetzt die Sonnenblumen. Dann hättest du eigentlich den kleinen Trailer nehmen können. Die Sonnenblumen lädst du ab. Wo fährst du denn da hin? Garten-Setter-Getreide. Ah, da kommst du mit dem großen Trucker nicht durch. Na gut. Tschüss. So, und du nimmst nicht die Sonnenblumen, sondern... Genau, den Mais. Ach nee, Mais wird ja auch noch geerntet. Wir haben ja noch eine Maisernte. Egal. Egal. Weg damit. Wohin? Getreidemühle. Haben wir die schon? Nö. Das war doch wieder die hier vorne gewesen, wo wir gerade waren. Hier. Genau. Wo kannst du da hinfahren? Ach, ich fahr den selber. Sollte ja gehen, alle anderen sind unterwegs. Einfach weg damit. Alles muss raus. Das war die Getreidemühle. Ja. Was ist mit dir? Du erntest noch. Du erntest noch. Super. Oh, warte mal. Jetzt muss ich mal hier hinten gucken. Nein. Hier muss ich gucken. Ja. Silage, Mischration und Gras. Ja, wenigstens die Silage sollten wir noch wegbringen. So, wo ist jetzt unser Truck hingefahren? Garten, Setter, Getreide. Ach, da unten fährt er. Okay, der kommt doch durch. Dann gehen wir zur Getreidemühle. Und fahren wieder nach Hause. Ja, dann scheint es, dass er noch eine Folge ranhängt. Dann werden wir nicht beim nächsten Mal alle Fahrzeuge verkaufen. Und wir sagen, wir müssen mal fertig sein. Also, haltet euch ran, Jungs. Letzte Ernte. Oh, warte mal. Was hole ich denn jetzt? Ach, Eko, die Silage von hinten. Boah, der ist angekommen. Der ist mit dem langen Trailer noch durchgekommen. Geil. Gut. Morikyre. Silage. Mitnehmen. Garten sette Getreide. Da. Und wech damit. Alles klar. So. Fertig. Na, zieh. Oh, jetzt hängt er fest. Und, jetzt geht's. Ey, sag mal, ich hol gleich hier noch den Bagger und mach den Baum weg. So. Oh, verdammt. Da fällt mir ein, ich hab doch hier noch 100.000 drüben, wa? Kann das sein? So. Hack-Schnitze sind hier drin. Nö, ist nix mehr drin. Hat die's schon leer gemacht? Tatsache. Wann hat die's gemacht? Na gut. Soll mir recht sein. Wir haben erst 328.000 auf dem Tacho stehen. So, mein Freund. Du wirst jetzt zur Fläche 1 fahren. Und das nächste holen. So. Du ernt... Oh, warte mal. Wenn ich dich gerade beim... Richtungswechsel erwische. Dann mach mal hier hinten los. Dann kannst du nämlich nirgendwo hängen bleiben. Ihr kennt ja das Spiel. Ha, wie habt Spaß? Na, du hättest ruhig den Heim noch mitnehmen können, mein Freund. Gut. Läuft. Oh, und die Ernte hier ist fertig. Ja. Dann wirst du ja nicht mehr gebraucht. Dann wirst du ja nicht mehr gebraucht. Dann kannst du schon mal irgendwas mit wegfahren. Was haben wir noch? Dünger 22.000. Wo kann ich einen Dünger verkaufen? Heu? Ach so. Die sind drüben drin. Ne, die sind hier drin. Wo wäre ich ein Heu los? Heu, sind die hier. Scheune. Na dann. Zack. So. Das wirst du abladen an der Scheune. Wie viel ist noch drin? Ah, immer noch genug. Okay. Tschüss. Und du bist angekommen. Wie weit seid ihr? Der ist fertig. Das war der letzte Mais. Das war der letzte Mais. Sehr gut. Und du da hinten, fahr bitte zum Shop. So, Mais. Mais. Mal gucken. Bremsen. Ach, Mais ist leer. Dann Gartencenter Getreide, mein Freund. Wir sind dem, wir sind dem Mais los. Jetzt warten wir noch auf... Moment. Dann müssen doch auch die Sonnenblumen schon durchs... Äh, nicht die Sonnenblumen, die Sojabohn schon durch sein. Dann ist... Fehlt nur noch, äh... Der Raps. Ich sehe nichts. Ah, hier. So. Alles muss raus. Ihr blockiert euch wieder gegenseitig. Ah, nee. Er schafft es. Okay. Du gehst abladen. Das ist Raps. Silage. Du fährst damit mal bitte zur BGA. Schaffst du das? Achso. Nee, ich schaff da nicht. Nee, muss ich helfen. So, jetzt schaffst du es aber. Ab zur BGA mit dir. Ah, du fährst die ganze Scheune weg. Gut. Und du hier? Darf ich nur noch Raps haben? Kannst du die Reste schon wegfahren? So. Mal gucken, was haben wir denn noch? Mais ist weg. Soja... Sojabohnen. Genau. Genau. Den Raps ernten wir gerade. Sojabohnen sind weg. Und die gehen nach. Garten... Auch Gartencenter-Getreide. Gut. Jetzt haben wir gesagt, dass du das alleine machen kannst. Na gut, mein Freund. So. Und den Raps? Da. Der letzte Streifen. Ach, der fährt gerade weg. Ja, bis der ankommt, sind wir schon durch. Und du fährst zur BGA. Warte, dann kann ich den gleich übernehmen. Weil jetzt rausst du dich ja wieder nicht, hier über die Teppichkante zu fahren. Und abgeladen. Okay, das ist auch fertig. Das ist fertig. Und wir müssen jetzt hier wegfahren. Hast du aufgeladen? 98 Prozent. Ach, mehr Sojabohnen haben wir nicht. Na dann, Gartencenter-Getreide. Tschüss. Und ich denke mal, wir werden das hier heute nicht mehr schaffen. Das heißt, ich sage zu euch auch Tschüss. Es gibt noch eine weitere Folge. Und ich sage von ihr aus. Macht's gut bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Genießt den Tag. Und see you later. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.